Seid gegrüßt und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video. Sehr oft wurde auch mir dieses Song hier empfohlen von 10H, den würde ich mir gerne reinziehen mit euch zusammen. Ich weiß, es haben auch viele gemeckert über die Soundqualität in meinen Videos. Es tut mir leid, ich muss noch so ein bisschen die Sounds einstellen. Ich habe hier auch noch ganz neue Systeme, ganz neue Konfigurationen und das dauert ein bisschen, bis ich das alles perfekt habe. Deshalb, wie gesagt, tut es mir leid, wenn ihr noch nicht den perfekten Mucho Grande Sound habt, wie es mal früher war. Aber es wird schon, es wird alles gut. So, lasst uns mal diesen Song hier anhören, bin ich mal gespannt. Klingt so ein bisschen nach, als wäre das hier. Wie heißt er denn nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen drauf. Hier kommt diese Stimme sehr bekannt vor. Ich mag diesen Style. Dieses Ich liebe diesen Style. Oh shit. Verdammt, ich komme nicht auf den Namen dieses Typen an, der genau dieselbe Stimme hat. Ich meine damit jetzt nicht Skryptonit. Also wenn jemand sagt, meine ich damit Skryptonit, nein, den meine ich nicht. Ah, wie hieß er denn nochmal? Mist, ich habe zu lange Urlaub gemacht. Ich habe schon vergessen. Oh shit, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss wieder in diesen YouTube-Ding wieder reinkommen. Ich muss wieder in diesen YouTube-Ding wieder in diesen YouTube-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Ich bin damit unterwegs. Ich bin da r accurate, aber tabell. Näh Koppel, du giveawayst nicht, bis ich reinkommen. Ich bin da 50, sondern sieh Ah, wie, Junge, ich versuche die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie dieser Künstler, das nimmt mir einfach gerade mein Leben, ich würde so gerne, oh shit, was ich sagen muss, der Clip ist mega geil, Song auf jeden Fall sehr, sehr geil, ich mag diese Stimme, ich mag einfach diese Art, ich habe sehr viel schon mittlerweile kasachische Künstler gehört, die auf russisch Musik machen und ich finde deren Stil mega, mega, mega geil, feiere ich zu Tode, ich kenne auch bis jetzt keinen deutschen Künstler oder europäischen Künstler, der diesen Style hier macht. Künstler, Künstler, Künstler. Künstler, 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 Künstler Für mich sieht das so ein bisschen danach aus, als würde der Künstler mir damit sagen, dass das Leben ein ständiger Kampf ist. Ein ständiger Kampf, den du führen musst und nur du kannst gewisse Sachen verändern. Bist aber gezwungen, auf gewisse Sachen zu scheißen. So klingt das für mich. Zu einem ein sehr trauriger Song, also zumindest, was heißt Song, aber der Clip zumindest, mehr so traurig irgendwie. Aber andererseits, ich weiß gar nicht, wie ich das emotional beschreiben kann, aber es berührt mich irgendwie ziemlich. Ich höre mir diesen Song gleich nochmal an. So, ich höre mir auf jeden Fall den Song jetzt nochmal an. Ich weiß nicht, wieso, aber das hat mich gerade ziemlich gerührt. Ich bin so langsam an. ink